Aber ich habe nicht gedacht, dass Bambi, obwohl ich ihn natürlich kannte und jeder kennt ihn, dass es so emotional und so ergreifend ist, das ist gewaltig. Und da herzlichen Dank an den Burda Verlag natürlich. Ich wollte eigentlich bei meinen Produzenten anfangen, also bei meinen Eltern. Da muss man immer auf jeden Fall Danke sagen. Ich glaube, ohne die wäre niemand so weit gekommen. Meine früheren Trainer, mein jetziger Trainer Frank Mantek, der mit ist, der sehr viel dazu beigetragen hat. Und Freunde, die ich auch vorher hatte, vor allem. Jetzt habe ich ja noch viel mehr, auch schön zu wissen. Aber die, die ich vorher hatte, ist ganz, ganz wichtig. Auch die Leute, ich habe auch natürlich einige Leute, die nicht mehr unter uns sind, die mir geholfen haben auf diesem Weg. Und ganz zum Schluss eben das breite Publikum im ganzen deutschsprachigen Raum, was hier in diesem Jahr passiert ist, 2008, ist eigentlich unfassbar. Also ich komme ja aus einer Randsportart, aber dass das dann wirklich so eine Welle schlägt. Und einfach Dankeschön an alle vor dem Fernseher und auch hier. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.